Ja, hallo und guten Morgen alle zusammen hier zu unseren täglich neuen Handelsideen bei Tickmill, wo Sie sehr, sehr gut und professionell Forex, Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen traden können. Eine stürmische Nachtlicht hier hinter uns. Wir hatten hier, wo ich wohne in Sachsen, den ersten ordentlichen Herbststurm. Das war schon ganz ordentlich windig, hat sich ein bisschen das Wetter auf die Börsen angepasst, kann man fast so sagen. Lüttger, einen schönen guten Morgen. Also, die Börsen sind stürmisch, die wackeln hin und her, so wie die Bäume draußen bei uns im Herbst. Schauen wir einfach mal in die Charts hinein, was wir hier an Möglichkeiten zum Handel da auch finden. Alexander, auch dir einen schönen guten Morgen. Was gab es gestern an den Märkten? Wir haben das gestern gesehen, ich habe das auch geschrieben in der Einleitung zum heutigen Blog. Es ging gestern doch ordentlich in Keller, hat man überall gesehen. Der Markt wollte nicht hoch, der wollte einfach deutlich nach unten. Die US-Indizes, die waren vorbürslich auch deutlich im Minus. Da gab es dann so ein Intradirewürsel. Ordentlich nach oben gegangen, das Ganze. Macht ein bisschen Mut auf eine kurzfristige Gegenbewegung, vielleicht auch auf einen längeren Schub. Man weiß nicht, was kommt. Aber wir müssen erst mal schauen, was der Markt jetzt wirklich auch hier raus macht. Wenn man sich das Ganze mal anschaut, hier ist es entsprechend stürmisch geworden. Wenn man sieht, wie der DAX sich bewegt hat, der hat sich deutlich nach unten bewegt. Hat sozusagen den kurzen Rebound hin zur 11.800-Punkte-Marke, was ja das Level gewesen ist, an dem wir hier den entsprechenden Bruch der Nackenlinie aus der Schulterkopf-Schulter-Formation gesehen haben, deutlich nach unten weggenommen. Ach, jetzt alles nicht so einfach. Aber bevor wir hier in die Charts, auch für die heutigen Handelsideen, in den Währungspaaren US-Dollar, japanischer Yen, britischer Fund, Schweizer Franken und Euro-Hongkong-Dollar reinschauen, hier den Risikohinweis. Diejenigen von Ihnen, die immer mal zuschauen, Elena, guten Morgen, auch schön, dich hier zu sehen, die immer wieder zuschauen, die werden sich denken, huch, das sieht doch jetzt ein kleines bisschen anders aus. Ja, wir haben mal wieder einen neuen Risikohinweis. Es gab da etwas Anpassungsbedarf seitens der Vorgaben. Aus diesem Grund bitte auch das Ganze gut lesen. Sie wissen, dass der Handel mit die Wiesen und CFDs auf Margen, der kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. All das, was wir hier machen, sind reine Ideen, keine Empfehlungen, das Ganze so zu handeln. Das heißt, Sie sollten im Vorfeld eigene Strategien darauf traden. Das ist auch das, was ich immer sage. Ich weise hier lediglich auf die aktuell interessanten Situationen hin. Und Sie müssen vor dem Trading natürlich auch immer wissen, dass Sie wissen, wie CFD-Handel beispielsweise funktioniert. Wenn Sie das nicht wissen, dann bitte, bitte, bitte informieren Sie sich ordentlich, weil nur wenn Sie wissen, wie das Ganze funktioniert, können Sie es entsprechend auch umsetzen. Das also zum Risikohinweis an dieser Stelle. Wichtig ist jetzt die Tagesplanung. Was geht heute in den Nachrichten? Heute ist mal die Leiste etwas länger. Wir haben es in der Wochenvorschau gesehen. Auch ab Mittwoch sind die Nachrichten deutlich intensiver. Das heißt, wir sehen hier auch Nachrichten mit der Relevanz 3. Hier um 9.30 Uhr geht das los. Da gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Index, weil er uns einfach sagt, wie es hier gerade läuft. Und das ist halt wichtig. Diese Punktwerte, die hier rauskommen, stark abnehmende oder stark steigende Werte, haben definitiv Einfluss auf die Entwicklung der deutschen Wirtschaft und somit natürlich auch in irgendeiner Art und Weise Entwicklung, also Einfluss auf die Entwicklung vom DAX beispielsweise. Und das ist ja das, was wir hier entsprechend im Trading auch wieder sehen können und auch nutzen können. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Prognose hier ein Wert von 53,5. Der vorherige Wert war 53,7. Um 16 Uhr dann aus den USA wissen wir, wie viele neue Häuser verkauft wurden. Und um 16.30 Uhr geht es dann ums Thema Öl. Öl hat ja gestern auch wieder deutlich Federn gelassen. Heute um 16.30 Uhr wissen wir, wie sich die Rohöl-Lagerbestände hier entwickelt haben. Wir hatten ja jetzt zweimal in Folge deutliche Kursrückgänge. Hier ist die, entschuldigen Sie, deutliche Zunahmen. Hier ist jetzt auch die Prognose mal wieder auf eine Zunahme ausgerichtet. Wir werden sehen, was das Ganze dann mit sich bringt. Was gibt es dann am Nachmittag noch? Es gibt am Nachmittag in den USA auch noch das Thema Einkaufsmanager-Index. Hier um 15.45 Uhr, da gibt es den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Also so wie wir das heute Morgen sozusagen in Deutschland hatten, da bekommen wir das Pendant aus den USA. Was ist noch sehr wichtig? Sehr wichtig ist noch, hier sprechen ein paar FOMC-Mitglieder. Heute am Nachmittag bzw. Abend hier unserer Zeit in Deutschland und um 20 Uhr gibt es das Biespuck. Da reden wir am Freitag auch wieder drüber. Das ist ja hier so ein bisschen auch zur Gewohnheit geworden, dass wir bestimmte Sachen an dem Freitagswebinar noch immer mal etwas intensiver besprechen. Heute Abend um 20 Uhr gibt es den Konjunkturbericht aus den USA und den beleuchten wir dann am Freitag im Webinar einmal etwas intensiver. Einfach um zu wissen, was in der USA gerade los ist, wie sich das Ganze auch entwickelt und was wir daraus dann als Zukunftsplanung entsprechend hier auch mitnehmen können. Damit sind die Tagesnachrichten einmal besprochen. Wer hier der Live-Zuschauer oder Live-Zuschauerin im Webinar ist, einfach wenn Sie eine Frage haben oder einen Wunschmarkt analysieren möchten, ich lade Sie ein, geben Sie ruhig hier eine kurze Info im Chat ab und dann können wir das auch direkt hier an dieser Stelle miteinander besprechen. Und damit würde ich sagen, gehen wir mal in die Charts hinein. Hier sehen wir gerade offen das Währungspaar Euro, Hongkong-Dollar. Also würde ich sagen, bleiben wir doch gleich mal dabei. Wir sehen hier den Tagesschart im Hongkong-Dollar und da sehen wir ganz klar eine schöne dicke grüne Linie eingezeichnet. Die Linie befindet sich hier, dieser Bereich, um die Kurswerte von 8,97,103. Das ist hier ein Bewegungstief. Sie sehen, was hier momentan gerade passiert. Wir haben hier einen Markt, der deutlich nach unten gegangen ist. Er hat eine Korrektur gemacht, hier das kleine Korrekturhoch bei 9,10856. Ihm hoch gewesen, das war die Spitze, nach der auch direkt wieder abverkauft worden ist. Jetzt laufen wir hier schön entsprechend nach unten hin und das heißt an dieser Stelle, hier ist ein Support-Level. Und das merken wir auch, der Markt läuft nicht einfach direkt drunter durch, sondern wir sehen hier einen Markt, der an dieser Stelle immer mal so ein bisschen innehält und ein bisschen hin und her springt. Und gestern sind wir wieder in diesen Bereich eingedrungen. Heute kleben wir sozusagen auch an diesen Bereich und das ist so eine, ich sag mal mal so eine Art Scheideweg. Wir haben hier zwei, Sie sehen es auch in den Charts, wir haben zwei Möglichkeiten offen, wie man immer die Möglichkeiten offen hat. Nur es ist halt wichtig, was diese Möglichkeiten dann mit dem Chart entsprechend machen. Kommen wir hier nämlich zum Absprung nach oben. Besteht unter Umständen die Chance, dass der Markt halt hier nach oben läuft, an diese 9,10856 oben ran. Wenn er drüber geht, bildet sich hier untergeordnet ein Aufwärtstrend, weil dann hätten wir hier ein leicht höheres Hoch, entschuldigen Sie hier unten, ein leicht höheres Tief. Das wäre dann eine Umkehrformation, wenn wir hier oben drüber laufen, dann würde sich ein Aufwärtstrend bilden. Das ist noch Geschichte, beziehungsweise Zukunft, nicht Geschichte, das ist Zukunft, etwas weiter weg. Aber wenn der Markt dieses Szenario spielt, dann ist das für kurzfristige Trader interessant, weil dann laufen wir auf alle Fälle mal über ein paar Tageshochs drüber. Nummer 1 hier, das Tageshoch vom Freitag bei 9,05801. Das wäre dieses hier. Und dann dieses Tageshoch hier bei 9,07682. Das wären mal Marken, die, wenn der Preis hier nach oben ansteigt, überschritten werden, wenn der Markt tatsächlich hier diese Level oben anläuft, beziehungsweise auch überschreitet. Das zur Oberseite, dann würde sich hier oben mittelfristig, sage ich mal, ein Aufwärtstrend bilden, der dann weiter steigende Kurse nach sich ziehen könnte. Erstes Szenario. Zweites Szenario, weil wir halt hier unten stehen, kann es auch zu einem Bruch kommen. Der Bruch würde dann definitiv diese übergeordnete Richtung bestätigen und dazu führen, dass wir hier einen Abwärtstrend bekommen. Das heißt, das Blaue wäre dann hier, deswegen habe ich das mal rot gekennzeichnet hier, aus diesem Blau gekennzeichnet, würde dann tatsächlich ein Abwärtstrend werden. Und dieser Abwärtstrend hat dann das Potenzial, in seinem nächsten Schub hier Richtung diesem Tief bei 8,07603 seine Bewegung fortzusetzen und dahingehend die Tagestiefs hier mitzunehmen, die wir im Chart liegen, haben bei 0,94282. Das wäre dieses Tagestief, dieses Tagestief hier drüben liegt bei 0, bei 8,92283. Und dann haben wir hier unten noch eins liegen bei 8,89815. Das mal hier die Tiefs auf dem Weg nach hier unten. Das ist das, was wir hier im Währungspaar direkt auch sehen können und dann direkt auch traden können. Wir müssen einfach nur abwarten, was der Markt uns hier offenbart, wohin er gehen möchte. Es kann auch sein, dass er noch eine halbe Ewigkeit seitwärts läuft. Das wäre dann hier eine Korrektur auf tiefem, flachem Niveau. Das wäre hier dann entsprechend auch ein Zeichen. Wenn der Markt nach unten bricht, dann wäre das die tiefe Korrektur ganz unten gewesen und dann auf der Seitwärtsbasis nach unten zu gehen. Das muss man sehen, was sich daraus entwickelt. Aber wir stehen jetzt hier unten und aus diesem Grund beleuchten diesen Chart. Was ein guter Drehpunkt ist, wenn Momentum reinkommt, dann wird sich das sehr, sehr wahrscheinlich in eine dieser beiden Richtungen auflösen. Und dann kann da mit Momentum, immer wenn Momentum reinkommt, eine deutliche Bewegung folgen. Das haben wir hier unten auch schon gesehen, wo wir dieses Umkehrmuster gesehen haben. Sehen Sie, da gab es richtig, richtig Schub nach oben. Das kann hier entsprechend an dieser Situation auch passieren. So, dann würde ich sagen, nächstes Währungspaar. Britischer Fund, Schweizer Franken. Hier ist es einmal in den Chart gezogen. Auch wieder an Blick im Tageschart. Hier interessante Geschichte, was wir hier sehen. Sie kennen das Korrekturmuster schon. Das ist so ein abwärtsgerichteter Kanal, so eine leichte Flagge, die sich hier nach unten entwickelt. Die Flaggen gibt es ja in der flachen Richtung und in der abwärtsgerichteten Richtung hier in diesem Bereich. Wir haben hier einen schönen Move nach oben gehabt, der auch diesen Aufwärtstrend gebildet hat. Das haben wir ja zusammen auch besprochen, zusammen beobachtet. Hier den Schub drüber, diese Aufwärtstrendbildung. Hier oben ist momentan so ein bisschen der Deckel drauf. Hier um dieses Hoch hier bei 1,31, 0,9, 8. Aber interessanterweise haben wir jetzt hier eine schöne Korrektur. Innerhalb dieses Zykluses hier, wer dieses größere Bild traden möchte, der muss jetzt ganz klar erst einmal abwarten, bis der Markt uns hier ein deutliches Zeichen gibt. Hi, ich drehe nach oben. Das sehen wir momentan auch nicht. Ja, weil das heißt ja, wir müssten hier diesen Trendkanal durchbrechen. Und dieser Durchbruch, der ist momentan einfach noch nicht da. Aber für aktive Trader kann das durchaus interessant sein, aus zweierlei Sicht. Nummer 1, dieser Kanal, der kann sich ja jetzt noch ein ganzes Stückchen weiter nach unten entwickeln. Wir haben ja hier problemlos die Möglichkeit, diesen starken Schub weiter zu korrigieren. Ein Anlaufpunkt wäre dann immer hier dieses Ausbruchslevel um die Marke von knapp 1,27, 9. Das ist hier ein Anlaufpunkt. Das kann passieren durchaus, dass der Markt sich bis hier runter entwickelt. Da kann es auch sein, dass sich das Ganze noch etwas steiler mit entwickelt. Das ist alles möglich. Das heißt hier, wenn man mal in den Stundentrend blickt, dann hat man schon immer die Möglichkeit, nach unten zu laufen. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist allerdings, wir sind ja hier jetzt an der Unterseite dieses Trendkanals. Und da ist es auch nicht unwahrscheinlich, sage ich an dieser Stelle, dass der Markt einfach die Unterkante mal nutzt, um wieder zur Oberkante zu laufen. So ist ja auch die Entstehensweise eines solches Kanals. Und von unten nach oben oder von oben nach unten traden, das ist etwas, was kurzfristige Trader definitiv mit in Betracht ziehen können. Um hier nach oben zu halten. Anlaufpunkte nach oben. Das wäre einmal hier das Tageshoch von gestern. Ich mache die Linie nur mal ganz kurz noch rot, damit wir hier auf der Obenrichtung interessanterweise auch optisch bleiben. Das heißt, hier wäre es schon durchaus möglich, dass ein kurzes Spike nach oben geht. Hier gestern haben wir es ja auch gesehen. Ein Stück nach oben und dann wieder komplett nach unten. Das wäre möglich. Das heißt, hier an diese Linie ranzulaufen und dann nach oben zu drehen. Und das wäre tatsächlich von der Unterseite jetzt eine Opportunität, wenn der Markt sie spielt. Und dann, wenn der Markt dann weiterläuft, weil sie sind ja dann schon ein Stück weit in Richtung dieser übergeordneten Trendbewegung mit dabei, dann ist auch das Potenzial da, hier die 1,31098 mit anzulaufen. Das muss aber erst kommen. Da muss sich der Markt erst hin entwickeln. Das heißt, wenn wir uns das Ganze mal zum Beispiel in der Stunde anschauen, dann haben wir hier unten halt jetzt momentan eine recht interessante Situation, die sich jetzt aktuell hier abbildet, weil wir haben hier so eine Art, muss ich mal sagen, so eine Art Bodenbildung. Wenn wir uns diesen Bereich mal angucken, da ist der Markt jetzt die letzten Tage unten ran gelaufen. Beziehungsweise, wenn wir uns das nochmal kurz in den Tagesschart anschauen, wir haben ja hier am Freitag, nee, was haben wir heute Mittwoch, am Montag und am Dienstag sind wir ja unten ran gelaufen und wollten dort nicht wirklich richtig tiefer. Das heißt, das ist das, was wir jetzt hier entsprechend im Stundenchart auch sehen. So eine Art Bodenbildung, wenn man das mal so sehen möchte. Wenn dieser Boden tatsächlich hält, das wäre dann die Dynamik, die entstehen könnte oder beziehungsweise der Nährboden für eine aufwärtsgerichtete Dynamik. Muss man sehen, ob es wird, aber wenn es wird, das wäre dann halt interessant auch für Sie, wenn Sie das Ganze kurzfristig anpacken wollen, hier den Markt hier unten anzupacken und dann nach oben ein Stück weit zu traden. Hier bei 1,29848 haben wir das Tageshoch von gestern. Vielleicht ein interessanter Bereich, um hier mit einem schmalen Chance-Risiko-Verhältnis, beziehungsweise mit einem schmalen Risiko und einem guten Chancen-Verhältnis nach oben ein Stück des Weges hier im britischen Fund Schweizer Franken auch mitzunehmen. Das mal als kurzfristige Handelsidee. Wenn das Ganze dann, wie schon gesagt, weiter nach oben läuft, dann wird das Ganze hier ein Ausbruch aus einer Korrekturformation und dann ist die Chance auch gegeben, dass der Markt sich, wenn sich der Trend fortsetzt, erst einmal wenigstens hier in diesem Widerstandsbereich fortentwickeln kann. So, und dann schauen wir noch in den US-Dollar, japanischen Yen. Den finden wir ganz hier oben im grünen Bereich. Wenn Sie sich diesen Marktbereich hier drüben anschauen, also die Marktübersicht, die besteht ja aus diversen Farblichkeiten und hier oben stehen halt die wichtigsten Währungen hier in grün entsprechend mit markiert. So, jetzt wieder zurück in den Chart. Interessant, was hier momentan passiert. Schauen Sie sich das mal an. Wir haben hier die schöne, starke Bewegung gehabt. Das haben wir ja auch alles hier zusammen miteinander besprochen. Diesen Chart konnten wir sehr, sehr schön begleiten. Wir hatten hier oben in diesem Bereich entsprechend die Entstehung dieses Aufwärtstrends auch gehabt. Jetzt haben wir hier oben den Deckel drauf bei 0,998. Da will der Markt aktuell nicht drüber. Aber, und das ist jetzt das Interessante, was so ein bisschen ein Zeichen von Stärke gibt. Der Markt will auch nicht deutlich runter. Also man hat es ja schon oft gesehen, man hat so einen starken Move nach oben und dann eine extrem starke Korrektur nach unten. Das sehen wir hier momentan noch nicht. Das gibt jetzt Anlass dazu zu sagen, okay, es kann unter Umständen sein, dass der Markt natürlich jetzt noch etwas tiefer läuft. Anlauflevel wäre dann zum einen mal hier dieses Abort um 0,99319 beziehungsweise wenn es dann doch etwas tiefer gehen sollte. Hier haben wir noch ein paar Tagestiefs liegen. Das würde dann aber die Stärke etwas rausnehmen, die wir momentan sehen. Wäre aber ein normaler Korrekturverlauf. Tagestiefs, die wir hier auf dem Weg nach unten anlaufen könnten, wären hier einmal das Tief vom 17.10. bei 0,99181 und dann hier das Tief vom 16. bei 0,98986 bevor wir dann hier unten diesen Supportbereich um dieses Trend tief haben bei 0,98507. Das wäre mal der Weg nach unten. Bleibt allerdings diese Stärke auch schön da. Ist das interessant, weil wir sehen hier oben eine Seitwärtsrange am Laufen. Sie sehen es auch hier unten, das ist der Boden. Hier oben ist der Deckel drauf, geht das ganze Teil nach oben durch die Decke, dann wird dieser Widerstand hier genommen. Und wenn sich der Markt darüber etabliert, dann haben wir natürlich nach oben hin etwas an Potenzial. Dann laufen wir eben mal hier in die Hochs rein, die wir hier hatten, in die Tageshochs, beziehungsweise hier das Hoch aus dem Juli 2018. Anlaufmarken hier, Kurse von 1,0. Hier haben wir die 1,00440 und hier oben haben wir die 1,00675. Mal als Anlaufpunkte zur Oberseite, wenn der Markt hier die Stärke auch bekommt, um nach oben rauszulaufen. Wenn wir uns das Ganze in der Stunde anschauen, dann sehen wir halt hier so ein Hin- und Hergetingel, so eine Range. Und das ist völlig normal, wenn man das Ganze hier sieht. Allerdings, und das ist halt interessant, wenn der Markt wirklich an Stärke aufnimmt, dann wird es halt mit guter Wahrscheinlichkeit zu kommen, dass wir hier in irgendeiner Art und Weise, das muss ich mal kurz klein, ein bisschen anders einbauen hier, dass wir die Sachen besser sehen, dann haben wir eine Chance, Wenn der Markt tatsächlich jetzt hier rumdreht und nach oben läuft, dann könnte sich unter Umständen im Chart folgendes Bild abmachen, dass wir hier sozusagen einen Trend sehen, der sich aufwärtsgerichtet aufstellt und dann so Stück für Stück über dieses Level hier drüber läuft und sich nach oben weiter vorarbeitet. Das wäre mal so Anzeichen dafür, dass der Markt mit nach oben raus will. Ob der dann oben bleibt, das wird sich zeigen, das wissen wir natürlich nicht, aber so schaut das Ganze aus, wenn wir wieder weitere Stärke in den Markt hineinbekommen und der Händler sozusagen sagt, okay, wir wollen jetzt hier oben raus, Korrektur genug, wir haben jetzt ein bisschen über die Zeit korrigiert, der Anstieg hat ja 1, 2, 3 Tage gedauert und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 Tage Korrektur, heißt also Seitwärtskorrektur über die Zeit läuft momentan und wenn das Ganze zu Ende ist, dann besteht die Chance auf den Schub nach oben raus. So, jetzt schaue ich mal kurz in den Chat hier hinein, da gibt es aktuell keine weiteren Fragen, dann bleibt mir an dieser Stelle Ihnen zu danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen gute Trades, machen Sie die Setups ganz ordentlich, halten Sie sich dran, dann wird es auch bestimmt funktionieren, wenn der Markt mit Ihnen geht. Ansonsten morgen neuer Tag, wieder neue Chancen. Ich bin gespannt, was in den Indizes passiert. Ach, wir wollten noch mal kurz in den DAX gucken, bevor ich hier ganz Tschüss sage. Ich hatte das ja vorhin gesagt, mal eben noch hier im DAX. Wir sehen hier momentan an dieser Stelle, ich habe das, warten Sie mal mal kurz gucken, ob wir den hier finden. Ja, wir nehmen mal dieses Bild vom DAX. Das hatten wir ja entsprechend auch mit gesehen hier. Entsprechend, was ist hier los? Schauen wir mal. Hier gab es den Rebound, den Test der 11.800 Punkte Marke. Jetzt schiebt der Markt nach unten. Gestern gab es hier noch mal so einen kleinen Rücksetzer, aber aktuell reagiert der Markt auch schwach. Wir müssen mal warten, was die Zahlen hier jetzt bringen. Um 9.30 Uhr war es, glaube ich, gewesen. Und dann werden wir sehen, wie sich der Markt entscheidet. Aber der Druck kommt momentan eindeutig von oben. Und das, was wir jetzt hier sehen, auch das Unterschreiten dieser Marke von 11.430 Punkte, dieses Dieb, das ist ein Zeichen dafür, dass der Markt definitiv nach unten will. Und jetzt haben wir halt hier den Weg in Richtung dieser Marke hier unten bei um die 10.800. Der ist jetzt geebnet. Mal schauen, was wir hier bei 11.000, ja, was ist das? Ungefähr 11.300 Punkte Marke. Was wir hier in diesem Bereich machen, wenn der Markt hier wirklich weiter schwach bleibt, dann sieht es wirklich so aus, dass wir noch deutlich tiefere Kurse sehen könnten. Zumindest mal das Ganze rein aus technischer Sicht im DAX. Bin gespannt, was hier passiert. Wie die US-Märkte heute Nachmittag auch reagieren. Wir haben es ja gestern gesehen, die sind schwach reingekommen und dann deutlich nach oben gelaufen. Vielleicht passiert das heute auch wieder. Das wird dann das Punkt auf die Lauer legen und den richtigen Moment erwarten. Also in diesem Sinne, die Schlussworte für heute auf die Trades. Ganz einfach warten und dann die richtigen Setups traten. Machen Sie es gut. Bis morgen. Ihr Mike Seidel